Basis Strada da Integrierte Softwarelösung für effizientes Management kommunaler Straßeninfrastruktur Straßen, die pulsierenden Lebensadern unserer Städte und Gemeinden, stellen das Rückgrat der verkehrlichen Infrastruktur für die Bürger und die Wirtschaft dar. Stetig wachsende Belastungen durch zunehmenden Verkehr, der natürliche Alterungsprozess und Auswirkungen der Witterungen sind Gründe für die Zustandsverschlechterung von kommunalen Straßen. Versäumnisse zum Erhalt des Bestandes erhöhen Aufwand und Kosten zur Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Zur Bewältigung dieser Arbeiten stehen den Kommunen immer weniger Finanzmittel zur Verfügung. Die Folge sind Straßensanierungen in immer kürzeren Zeitabschnitten, die teilweise nur unzureichend umgesetzt werden. Im Zuge der Straßenerhaltung ergeben sich nun folgende Fragen. Wie erhält man einen ausreichenden Überblick über die Tragfähigkeit, den Zustand und die Substanz aller Straßenbauteile? Und wie lassen sich die erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen zielgerichtet und wirtschaftlich planen, um einen optimalen Nutzen zu erzielen? BarTower bietet Ihnen die optimale Lösung. Basis Stradata ist Bestandteil der modularen Software für ein ganzheitliches Management der unter- und oberirdischen Infrastruktur. Die übersichtliche Datenverwaltung zur Erfassung und Bearbeitung der Ordnungs- und Netzdaten beinhaltet Funktionen zur einfachen Filterung und Ausgabe. Straßenabschnitte können je nach Anforderung als Linien oder beliebige Polygonflächen geführt werden. Zur weiterführenden Beschreibung Ihrer Straßendaten lassen sich zu allen Bestandteilen beliebige Dokumente, Fotos und Detailzeichnungen zuordnen. Erfassen Sie flächenscharf Ergebnisse einer visuellen Zustandserfassung und Zustandsbewertung gemäß eEMI 2012 und erkennen Sie rechtzeitig den Verlauf größerer Schadensentwicklungen. Ein Assistent unterstützt Sie bei der Zustandsbewertung und ermittelt alle erforderlichen Grundlagen. Je nach praxisbezogenen Anforderungen lassen sich die Klassifizierungsergebnisse als detailliertes Protokoll oder Themenplan exportieren. Dank des weltweit einzigartigen Multiplattform-Konzeptes bietet Ihnen die Barthauer-Software eine Wahl der passenden Grafikanwendungen zur Visualisierung, thematischen Ausgestaltung und Bearbeitung Ihrer Straßenbauteile. Neben den führenden CAD- und GIS-Anwendungen ist auch die grafische Darstellung und Bearbeitung von Sachdaten über WebMap-Server als Webbrowser-Anwendungen möglich. Der in Stradata integrierte Netznavigator macht eine zusätzliche Grafikanwendung unnötig und realisiert die bidirektionale Kommunikation mit den Straßendaten. Durch die Überlagerung mit weiteren Themen kann eine gemeinsame Bearbeitung mit anderen Fachbereichen wie Grundstücken oder Leitungsnetzen erfolgen. Der frei konfigurierbare Shape- und ASCII-Import erlaubt Datenübernahmen in unterschiedlichster Ausprägung und Umfang. Ein Transfer aller Geometrie, Sach- und Zustandsdaten ist auf einfachste Weise möglich. Über Drag & Drop positionieren und formatieren Sie die vorhandenen Spalten für die Datenausgabe. Mit einem Klick exportieren Sie Ihre Daten in gängige Datenformate wie Excel oder PDF. Dank der Offenheit und Flexibilität der Basisschnittstellen ist alternativ die vollständige Ergebnisübernahme einer Stereo-Messbilderfassung oder 3D-Laser-Scanning möglich. Die Auswertungen dieser Daten liefern Lage und Zustand der Straßen- und baulichen Anlagen. Mit Basisregie erhalten Sie eine leistungsfähige Softwarelösung für Betriebsführung und Wartungsmanagement. Neben der Grundapplikation zur Verwaltung der Straßenanlagen und Auftragsdetails liefert BarTower auch eine Lösung zur mobilen Auftragsbearbeitung. Da die mobile Anwendung bereits alle Arbeitsanweisungen enthält, reicht schon eine einfache Touch- oder Stifteingabe zur schnellen Quittierung der Kontrollergebnisse aus. Basis bietet umfassende fachübergreifende Funktionen für die Analyse und Auswertung. Wählen Sie das Dashboard, um Ihre statistischen Auswertungen mit passenden Diagrammen interaktiv zu präsentieren. Verwenden Sie praxisbezogene Vorlagen zur freien Definition eigener Abfragen und Berichte. Der modulare Aufbau von Stradata eröffnet Ihnen weitere Einsatzmöglichkeiten zur Verwaltung Ihrer Infrastrukturanlagen. Zum erweiterten Funktionsempfang zählen auch leistungsfähige Werkzeuge für das Aufbruchmanagement sowie Sanierungs- und Unterhaltungsplanung. Verwenden Sie zusätzliche Erweiterungen für Straßenmobiliar, Beschilderung, Verkehrsanlagen und Beleuchtung. Zur Bewältigung der Aufgaben im Rahmen der Doppik sowie Bewertung und Fortschreibung des Anlagevermögens beinhaltet Basis bereits geeignete Lösungen. Nutzen auch Sie die Vorteile von Basis Stradata, der integrierten Softwarelösung für ein effizientes Management kommunaler Straßeninfrastruktur. Rufen Sie uns jetzt an. Weitere Informationen erhalten Sie auch auf unserer Homepage www.bartower.de. Wir freuen uns auf Sie!